Heute zeigt der Zapp euch mal, wie man sich roastet. Ernsthaft? Echt jetzt? Dino schon gepostet? YouTube-Trend und wir machen jetzt mit. Jetzt zieh ich mich vom Leder und das wird der Shit. In Let's Play Folgen frag ich ständig nach einem Daumen. Ich kann nicht mehr als andere für Treuze flaumen. In meinen Videos lasse ich Leute mutieren. Aus Bram wird Peter, das ist mir doch egal. Schauspieler-Skills hab ich noch nie gehabt. Musikalisch bin ich auch nicht, nicht mal begabt. Wenn keiner lau, spreche ich sie mit Namen an. Er peter, peter, peter und er denkt sich, oh man. Meine Haare waren mal schwarz und nicht nur braun. Damit seh ich blass aus und punkte auch nicht bei Frauen. Komm, ist mein Video draußen noch nicht mal gesehen? Was juckt denn der Inhalt? Hauptsache Dislikes stehen. Den Maschinenbau gegen das Socken ausgetauscht. Früher lustig und genervt, beim Stöhnen gelauscht? Das Fitnessstudio um die Ecke, es bleibt leer, hab nen Gürtel in Judo, aber das ist ne Weile her. Bin selber YouTuber, aber guck es kaum. Viel zu viele Heuchler und genug auf Schaum. Popst du Bilder mit einer Katze, die jeder mag. Ich bin Fan, nicht Fuxa, ist das nicht stark? Technik interessiert, will alles verstehen. Steh morgens früh auf, aber kann ohne Kaffee nicht stehen. Kacke alle paar Tage, oh mein Gott, wie kann er das zur Musik? Weil ich schief, ist er einsam oder was? Hab zuerst gemessert, in jeder Lebenslage. Zweifel ihr an mir, ja steht das in Frage? Aim nicht besser, als der fucking Durchschnitt gefordert. Wird manchmal sogar mein Rücktritt. Dumm wie Brot, kreativ wie ein Lauch. Liebe Hater da draußen, schafft ihr das auch? Wird manchmal auch mein Rücktritt.